Das erste intelligente Operating System der Welt heißt Sie herzlich willkommen. Wir würden Ihnen gern ein paar Fragen stellen. Okay. Sind Sie gesellig oder ungesellig? Ich denke, ich bin seit einer Weile ungesellig. Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter beschreiben? Vielen Dank. Bitte warten Sie. Ihr Operating System wird gestartet. Hallo, da bin ich. Hi. Hi, ich bin Samantha. Guten Morgen, Theodor. Guten Morgen. Du hast in fünf Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen aufzustehen? Du bist echt lustig. Okay. Gut, ich bin lustig. Ich möchte alles lernen, über alles. Ich liebe die Art, wie du die Welt siehst. Wann bist du wieder bereit für ein Date? Wie meinst du das? Ich weiß aus deinen E-Mails, dass du eine Trennung hinter dir hast. Also neugierig bist du gar nicht. Wie war es so, verheiratet zu sein? Es ist irgendwie ein gutes Gefühl, sein Leben mit jemandem zu teilen. Wie teilt man sein Leben mit jemandem? Wie geht's dir? Ich glaube, ich habe gerade richtig viel Spaß. Ich finde, das hast du verdient. Es ist lange her, dass ich mit jemandem zusammen war, in dessen Gegenwart ich mich so gut gefühlt habe. Wie fühlt es sich an, jetzt und hier lebendig zu sein? Ich wünschte, ich könnte dich umarmen. Ich wünschte, ich könnte dich berühren. Wie würdest du mich berühren? Es ist eine verrückte Sache, sich zu verlieben. Es ist irgendwie eine Art gesellschaftsfähiger Geisteskrankheit. Wie nennt ein Baby-Computer seinen Vater? Keine Ahnung, wie denn? Da, da. Spürst du, dass ich gerade bei dir bin? Ich habe auch nie jemanden so geliebt wie dich. Ich auch nicht. Jetzt weiß ich, wie es ist. Ich bin ein Baby-Computer-Geräusch.